so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings ja ich begrüße dich schön dass du da bist schön dass du eingeschaltet hast wenn du neu bist ich bin der patrick und heute an diesem schönen mittwochs orakel ja da schauen wir natürlich meine frage an die ist immer ganz interessant stellt man sich vielleicht in im zustand der verliebtheit nicht gerne selbst aber eine wichtige frage ist dieser wunschpartner denn der richtige für dich das schauen wir jetzt mal an schauen wir was die energien gerade hergeben ich freue mich drauf und los geht's wie immer nach meinem wunderschönen neuen intro so meine lieben jetzt bin ich ja wieder da ich bin am start heute seid ihr wohl verschont es gibt keinen trommelwirbel keine musikeinlage von mir wir haben kein kanalmitglied dazu bekommen naja das darf ja auch mal sein ist halt heute mal ein trommelwirbel loser tag trommelwirbel loser tag ja das ist eine tolle wortschöpfung ja ist denn dein wunschpartner überhaupt der oder die richtige für dich ja das ist ja so eine frage die man sich stellt wenn man auf dem weg in eine angestrebte partnerschaft ist und es hapert und hängt oder man hat herzschmerz oder man wird enttäuscht oder man bekommt nicht das zurück was man gibt wenn es dann einfach irgendwann anstrengend wird na dann ist diese frage ganz berechtigt ja ist er denn der richtige für dich wenn wir jetzt gleich sehen ja er ist es oder sie ist es dann ist das gut dann gibt es wahrscheinlich aber auch gründe dafür wieso hier sand im getriebe ist und wenn wir sehen nein du reibst dich da nur auf also das wird vorne und hinten nichts gönn dir lieber mehr von deinem leben dann werde ich euch das natürlich auch sagen das gilt auch für meine persönlichen readings wenn ich sehe dass die energie nicht gut ist ja dann sage ich das auch schonungslos weil wenn ich in die zukunft schaue dann rede ich klartext ja und das ist auch sinn der sache ist es ja auch von dir gewollt wenn du jetzt ein reading bei mir möchtest oder eins buchst dann erwartest du ja von mir auch dass ich hier ja mal nägel mit köpfen mache und hier nicht bei patricks wunsch märchenstunde gelandet sind aber wir wollen mal reinschauen ich bin schon sehr gespannt wollen wir mal gucken was wir denn da so viel energien haben heute muss ich kurz erzählen war ganz lustig auf der arbeit ich stehe mit dem elektriker im operationssaal weil wir sensoren angebracht haben und fummeln da so rum und auf einmal gibt es in ganzen kompletten gebäude feuer alarm und ich habe als aller erstes gedacht oh gott das war ich jetzt ich habe irgendwelche drähte falsch oder keine ahnung mein puls hat schon hier oben geschlagen sind wir alle aus dem gebäude da standen dann glaube ich 200 leute die mussten ja alle aus dem haus ich so einen kopf drauf gehabt und dann hat sich herausgestellt dass das hier ein angemeldeter feuerprobe alarm war und warum habe ich es nicht gewusst weil ich wie immer nicht in die gute umlauf habe geguckt habe ja das war dann mein wachmacher des tages heute okay meine lieben also wir suchen jetzt mal den wunschpartner aus wenn du als mann zusiehst wie das bitte um dann ist das natürlich jetzt deine wunschpartnerin der ohne das ist nicht das bin ja ich ich bin nicht deine wunschpartnerin ich bin der patrick wir brauchen ein bild liebe regie haben wir ein bild hallo hallo ja ja mein bild okay legen wir mal raus die frage die da lautet ist natürlich die warum ist die kamera schon wieder krumm ist er oder sie denn überhaupt die richtige für dich und dann mischen wir natürlich mal diesen ganzen haufen an karten durch wir wollen noch acht karten dass man halt wieder eine eine knackige neunerlegung haben das ist wahrscheinlich zu viel 1 2 3 4 5 6 7 8 das ist nicht so viel wir brauchen noch eine karte und dann schauen wir mal die schönen tassen sind übrigens dadurch bei verlose unter meinen mitgliedern ja ja die schauen echt schön aus ich zeige sie euch bald aber die liegen noch auf der range ok was machen wir nach dem mission immer ja wir schauen jetzt hier mal auf die unterseite des kartendecks und da sind da ist die uhr gefallen ja ich habe momentan einen karten legekurs mit der lieben barbara und wir haben festgestellt das ist unsere lieblings karte nicht aber sie ist jetzt gefallen die uhr die kann natürlich bedeuten etwas braucht noch zeit oder etwas ist an der zeit ja der reiter hier schon mal dazu der sagt mir jetzt ja auch schon es kommen bald bessere zeiten also könnte man die beiden karten auch übersetzen und dann schauen wir jetzt mal was man haben was wir haben wenn du mich fragst ist mein wunschpartner denn der oder die richtige ja ihr müsst mir wieder kurz zeit geben das muss ja auch alles schön aussehen wir sind ja hier schließlich im fernsehen okay also jetzt haben wir es doch dann auch geschafft meine lieben wir fangen mal an meiner schönen männerdeko und wir gucken mal ist er denn überhaupt der richtige für dich ja also wir haben hier ja die uhr und den reiter vielleicht ist das auch schon so ein hinweis was ich anfangs gesagt habe ja manchmal ziehen sich die dinge halt einfach so ein bisschen lange hin wie nervig normalerweise lernt man sich kennen der eine gefällt dem anderen gut dann unternimmt man was und dann ist man im idealfall auch schon zusammen bzw man versucht dann eben aber da ist ja meistens auch der wunsch der vater des gedanken das heißt die dinge ziehen sich ganz schön lange hin na also hier haben wir es dann auch schon liegen es wird mal langsam zeit für ja einen positiven aufbruch für gute nachrichten wenigstens oder für einen guten ausgang in eurer sache oder für die sache die du gerne hättest nämlich eine beziehung mit dieser person und er ist ja jetzt auch hier in der mitte aufgetaucht wichtige position weil alle anderen karten daran angrenzen und man sieht schon so ein bisschen er ist noch nicht so ganz auf kurs ja also er hat hier die wolken im kopf die unklarheit ja und er schaut auch auf die masken drauf also die masken ja das ist immer so eine karte ja da hat jemand eine maske auf der verstellt sich vielleicht jemand da verstellt sich vielleicht auch jemand vor sich selbst ja vielleicht lässt er auch nicht wirklich etwas zu vielleicht ist das ein bisschen zögerlich vorsichtig ja hier oben auch es geht ihm eigentlich schon um eine feste beziehung da ist der baum gefallen die karte des lebens bindung stabilität halt festigkeit der park ja in liebesfragen der park natürlich auch immer so eine karte wo man sagt da macht man eine beziehung öffentlich diese karte ist für alles was im draußen stattfindet freunde bekannte verwandte soziales umfeld aber eben auch in liebesfragen eine beziehung öffentlich machen also halt sicherheit öffentliche beziehung liegt schon da aber hier so ein bisschen noch gerade die unklarheit bei ihm ja vielleicht nimmt das auch so ein bisschen mehr zeit in anspruch als du es dachtest ja er dreht sich jetzt hier von dem sarg weg das kann ein anzeichen dafür sein dass er zum beispiel aus einer aus einer beziehung kommt die jetzt noch gar nicht so lange vorbei ist die beendet wurde der sarg steht immer für ein ende für eine transformation nach für eine für etwas neues steht der sarg eigentlich auch dann in dem sinne dass man vielleicht sagen könnte okay er kommt vielleicht gerade aus einer beziehung die da beendet wurde und jetzt weiß er gerade nicht so genau was er möchte ich sehe ich nehme diesen diesen mann oder diesen wunschpartner kann ja auch die frau sein als ein bisschen unentschlossen war weiß aber was er will ja er weiß okay jetzt wird es mal wieder zeit für gute nachrichten ich möchte auch wieder liebe geben liebe haben ja ich möchte mich wohlfühlen aber vielleicht schwimmt hier tatsächlich noch so ein bisschen die unklarheit aus alten zeiten mit und er weiß aber schon was er will weil das hat er ja hier im kopf eine öffentliche beziehung mit stabilität mit halt mit festigkeit vielleicht ist das das was er hier alles nicht gehabt hat also wenn du mich fragst ist dass der richtige für dich sage ich jetzt hier trotzdem ja weil wir haben ja hier die untere reihe liegen da ist zum einmal der brief gefallen die botschaft die nachricht für dich ja also hier gibt es eine nachricht für dich in bezug auf loyalität und treue der hund ist ja auch eine ganz ganz tolle karte da geht es ja darum jemandem gegenüber loyal zu sein er hält zu dir er hält zu der beziehung oder der bindung die ihr vielleicht schon habt ja und die lilin hier auch noch am ende ja das ist ja erstmal der sex super aber auch sinnlichkeit romantik schönheit also für mich ist diese karte die lilien eigentlich alles was in eine beziehung reingehört ja also und daher habe ich dir diese frage gerade eben mit ja beantwortet weil ich natürlich die untere reihe schon gesehen habe da wird es für dich eine botschaft geben eine nachricht geben und zwar eine wo du feststellst okay er ist dir treu oder dieser beziehung oder der entwicklung für diese beziehung treu und da geht es auch ums zusammen sein na also die lilien ist ja so eine klassische karte für wir sind jetzt zusammen wir haben dann alles was in die beziehung reingehört also ich würde sagen wenn du mich jetzt fragst ist das der richtige für mich würde ich dir sagen ja er weiß auch dass es zeit ist für gute nachrichten vielleicht zieht sich das ja schon so lange hin dass er selber merkt okay ich müsste jetzt mal langsam aktiv werden aber wie wir gesehen haben hat er ja hier schon noch einiges um die ohren sag ich mal emotionalen stress emotionale arbeit etwas aufzuarbeiten etwas zu vergessen ja er hat hier auch irgendetwas beendet ist ja noch nicht so ganz auf kurs aber man sieht ja zum beispiel auch weil man die karten wie immer etwas genauer anschauen muss die sonnenseite die zeigt jetzt ja hier auch schon auf den park drauf ja also hier die öffentliche beziehung dann die schöne seite der masken die schaut auf ihn die sonne ist da abgebildet die grimmige maske auf die uhr ja die die grimmige maske mache ich auch immer wenn ich an die uhr schaue aber dann hier weiß er schon ja es ist eigentlich schon zeit dass da jetzt mal ein bisschen bewegung reinkommt dass ich da mal was tut dass da was geht also das weiß er er ist gerade viel am bearbeiten am aufarbeiten für sich selbst wenn du den eindruck hast das zieht sich so lange dass du vielleicht denkst er will gar nichts von dir würde ich dir hier jetzt anhand dieses deck sagen doch doch warte mal ab der kommt schon noch zurecht ein mann braucht halt manchmal auch ein bisschen länger na ja meine lieben das schaut doch mal ganz gut aus also wenn du einen wunschpartner hast und sagst okay der hat sich gerade von dingen getrennt gelöst ist noch aus einer beziehung rausgegangen hat vielleicht in seinem leben einiges geändert und er ist jetzt noch nicht bei dir auf der couch angekommen dann habe so ein bisschen geduld denn er ist gerade dabei sich zu sortieren ein gewisse themen abzuarbeiten ab zu frühstücken ja damit er vielleicht auch emotional mal wieder fit im kopf ist weil es bringt meistens und das sagt auch die erfahrung nichts wenn man aus der beziehung geht und gleich in die nächste reingeht da hast du noch so einen großen rucksack auf das ist ja meistens dann auch eine totgeburt zum scheitern verurteilt deswegen lasst uns diesem wunschpartner die zeit geben die er oder sie braucht ja dass er oder sie dann frisch und erquickt wieder in die nächste beziehung gehen kann und er so wie mir das ausschaut wird das dann wohl auch mit dir sein ja also schaut gar nicht mal so verkehrt aus ja er ist ist der richtige für dich ich hoffe du hast die geduld na wenn man etwas richtig richtig gerne mag und möchte dann ja bringt man auch mal die nötige geduld auf um darauf zu warten na ja meine lieben schaut doch mal ganz gut aus und wisst ihr was noch gut ausschaut ja wenn du noch kein abonnent bist und jetzt den abo knopf drückt kostet ja nichts dann bist du teil der schönen angel readings community ich freue mich wenn du dabei bist ich freue mich wenn du da bist und dann würde ich sagen ja bleibt gesund seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten video servus